Heinrich Fichtenau war ein österreichischer Historiker und Diplomatiker. Sein Schwerpunkt war die Erforschung des Mittelalters. Heinrich Fichtenau war das einzige Kind des Beamten Heinrich von Fichtenau und der Maria von Fichtenau, Geb Schachermeier, einer Schwester des Althistorikers Fritz Schachermeier. Seit 1931 studierte er Geschichte und Kunstgeschichte in Wien und schloss 1935 seine Ausbildung am Institut für österreichische Geschichtsforschung. Ab 1936 wurde er Assistent von Hans Hisch bei der Edition der Diplome Konrads III für die Monumentar Germaniae Historica. Er wurde in Wien promoviert mit einer Arbeit über die Landeshoheit in der Dauphin und in Savoyen. 1940 zur Wehrmacht eingezogen, gelang es ihm, unter wie Tristen Verhältnissen 1942 seine Habilitation über Mensch und Schrift im Mittelalter abzuschließen. Nach zwei weiteren Kriegsjahren in der Ukraine wurde er 1944 unabkömmlich gestellt und erlebte den Zusammenbruch 1945 in Wien mit. Auf Betreiben Leo Santifalas wurde Fichtenau 1950 zum außerordentlichen Professor für mittelalterliche Geschichte an der Universität Wien ernannt. Von 1962 bis zu seiner Emeritierung 1983 war er ordentlicher Professor für mittelalterliche Geschichte und historische Hilfswissenschaften und zugleich Vorstand des Instituts für österreichische Geschichtsforschung. 1979 erhielt er den Wilhelm-Hartel-Preis und 1986 den Kulturpreis des Landes Oberösterreich. 1989 wurde ihm österreichische Ehrenzeichen für Wissenschaft und Kunst verliehen. 1962 wurde er korrespondierendes Mitglied der Monumentar Germaniae Historica, 1969 Mitglied der Medieval Academy of America und 1970 in die British Academy aufgenommen. Fichtenau war Verfasser zahlreicher grundlegender Monografien und Aufsätze sowohl zur Geschichte als auch zu den historischen Hilfswissenschaften. Mehrere seiner Bücher wurden ins Englische übersetzt und machten ihn im anglophonen Bereich zu einem der bestrezipierten österreichischen Mediawisten seiner Zeit. Kennzeichnend für Fichtenau war es, Geschichte an Anekdoten zu exemplifizieren und immer auch als historische Anthropologie zu verstehen, die viel über menschliche Denk- und Verhaltensweisen aussagt, Schriften Monografien Mensch und Schrift im Mittelalter Universum Fien 1946 Grundzüge der Geschichte des Mittelalters Universum Fien 1947 Das Karolinglische Imperium Soziale und geistige Problematik eines Großreiches Fretz und M. Wasmut Zürich und Geidner Fien 1949 Mit Erich Zöllner Urkundenbuch zur Geschichte der Badenberger in Österreich Teil 1 und 2. Holzhausen Wien 1950 und 1955 Arenger Spätantike und Mittelalter im Spiegel von Urkundenformeln Bölau, Graz, Köln 1957 Ergänzungsband 18 Das Urkundenwesen in Österreich vom 8. bis zum frühen 13. Jahrhundert Bölau, Wien, Köln, Graz 1971 Lebensordnungen des 10. Jahrhunderts Studien über Denkart und Existenz im einstigen Karolinger Reich Hirsemann, Stuttgart 1984 Nachdruck Englisch unter dem Titel Living in the 10th Century Mentalities and Social Orders Übersetzt von Patrick J. Geary, Chicago, London 1991 Ketzer und Professoren Heresi und Vernunftglaube im Hochmittelalter München 1992 Kleine Schriftensammlung der bis 1975, 77, 86 erschienen kleinen Schriften in Beiträge zur Mediävistik Bent 1 Allgemeine Geschichte Stuttgart 1975 Bent 2 Urkundenforschung Stuttgart 1977 Bent 3 Lebensordnungen Urkundenforschung Mittellatein Stuttgart 1986 Forschungen über Urkundenformeln Ein Bericht In Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung 94, 1986 S 285 bis 339 Deigreische und Königssalbung In Geschichte und ihre Quellen Festschrift für Friedrich Hausmann Graz 1987 S 25 bis 35 Zur Erforschung der Heresien des 11. und 12. Jahrhunderts In römische historische Mitteilungen 31, 1989 S 75 bis 91 Urkundliche Quellen In Österreich im Hochmittelalter S 33 bis 48 Diplomatiker und Urkundenforscher In Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung 100, 1992 S 9 bis 49 Stadtplanung im frühen Mittelalter In Kalbrunner, Brigitte Merta Ethnogenese und Überlieferung Wien-UA 1994 S 232 bis 249 und 12. Jahrhunderts Inter analyzer Iris